HKL Baushop HKL Baushop präsentiert Das Fahrgerüst Altrex RS Tower 52 Das Fahrgerüst Altrex RS Tower 52 ist sowohl für Arbeiten im Innen- als auch im Außeneinsatz geeignet und bedient Arbeitshöhen von bis zu 14 Metern. Das Komponentensystem besteht aus rundum geschweißten und gepressten Rahmen, Sprossen- und Strebenteilen sowie hochstabilen Lenkrollen. Das sorgt für Haltbarkeit und Sicherheit im harten Baustelleneinsatz. Das Entladen des Altrex RS Tower geschieht innerhalb weniger Minuten. Zunächst werden die Basisrahmen mit den horizontalen und vertikalen Streben verbunden und die Lenkrollen eingesetzt. Dadurch wird das Gerüst leicht fixier- und ausrichtbar. Im weiteren Zusammenfügen der Rahmenstrukturen sorgt das clevere Verbindungssystem des Towers für einen problemlosen und sicheren Aufbau. Die Diagonalstreben und Geländer gewährleisten die benötigte Stabilität des Turmkonstrukts. Sie sind leicht über die vorhandenen Klemmkupplungen und Haken anzubringen. Die Arbeitsplattformen lassen sich leicht einsetzen und werden mittels integrierter Sicherung davor geschützt, durch äußere Einwirkung ausgehebelt zu werden. Die per Klemmkupplungen und Sicherungsstiften fixierten Ausleger sorgen für die benötigte Standsicherheit. Jedes Auslegerbein berührt dabei fest den Boden und steht in einem 120 Grad Winkel zur Längsachse des Gerüsts. So stabilisiert ist das Justieren und Fixieren des Gerüsts am Standplatz einfach möglich. Alle Komponenten werden im Verlauf des Aufbaus durch direkt am Rahmen befestigte Metallstifte gesichert. Die Sicherungsstifte befinden sich also immer an der richtigen Stelle und sind stets griffbereit zur Hand. Je nach gewünschter Plattformhöhe sind durch Aufstocken Ebenen von 4,2 bis 12,2 Metern Höhe möglich. Entsprechend beträgt die Arbeitshöhe maximal 14,2 Meter. Die enorme Breite des Fahrgerüsts sorgt für eine große Arbeitsfläche. Ihr Vorzug, so haben gleichzeitig zwei Personen auf dem Tower Platz. Die aus der Höhe anzunehmenden Bauteile können aufgrund ihres geringen Gewichts problemlos vom Helfer zum Monteur übergeben werden. Auch das Einsetzen der übrigen Gerüstelemente kann ohne unterstützende Maßnahmen durchgeführt werden. Komplett errichtet ist mit dem Fahrgerüst ein sicheres Arbeiten in luftiger Höhe garantiert. Jede Arbeitsfläche kann dabei mit einem Gewicht von 250 Kilogramm belastet werden. Nach vollendeter Arbeit ist das Fahrgerüst ebenso leicht und schnell wieder in umgekehrter Reihenfolge zu demontieren. Das Fahrgerüst Altrex RS Tower 52 Was immer du brauchst, du kriegst es. HKL Baushop. Alles für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen.